In diesem Video geht es um die besten 4K-Beamer. Der Qualitätssieger in unserem 4K-Beamer-Test geht an den Epson ETW7100. Dieser 4K Pro UHD Projektor bietet High-End-Funktionen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können die neuesten 4K-Inhalte in hervorragender Bildqualität und mit einem hohen Kontrastverhältnis in einer Größe von bis zu 500 Zoll genießen. Dank der Lens-Shift-Funktion, des optischen Zooms und der Trapez-Korrektur lässt sich das Bild ganz einfach optimal ausrichten. Die Einrichtung ist ganz einfach, ebenso wie das Streamen von Inhalten, und der Sound kommt entweder aus den integrierten Lautsprechern oder über Bluetooth. Dieser preisgünstige 4K Pro UHD Projektor besticht durch leuchtende und lebendige Farben. Durch die gleich hohe Weißfarbhelligkeit von 3000 Lumen erzielt er sowohl eine hohe Helligkeit als auch intensive Farben. Das hohe Kontrastverhältnis von 100.000 zu 1 garantiert tiefes Schwarz und deutlich definierte Schatten, und die Frame-Interpolation liefert bei schnellen Aktionsszenen schärfere Bilder. Durch die beeindruckende Bilddiagonale können Sie auch zu Hause das typische Kino-Feeling genießen. Plug & Play. Schließen Sie einfach ein Streaming-Gerät an der Rückseite des Projektors an, und schon können Sie Ihre 4K-Inhalte wiedergeben. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der LG HU70 LSB. Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer mit dem LG Cinebeam HU70 in ein leistungsstarkes Heimkino. Dank der smarten WebOS 4.5 Oberfläche können Sie Ihre Inhalte bequem per Knopfdruck in feinster 4K-Qualität genießen. Die bis zu 140 Zoll große Projektionsfläche lässt sich dank 1,25-fach Zoom bequem mit der Magic Remote Fernbedienung ausrichten. Features wie 4-Channel LED, TRU Motion sowie HDR10 inklusive Tonmapping liefern jederzeit eine außergewöhnliche Bildqualität. Erleben Sie es selbst. Die smarte Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen den Zugriff auf unzählige Apps und Streaming-Dienste. Das innovative Betriebssystem stellt Ihnen zudem Apps ausgehend von Ihrem Nutzerverhalten zusammen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dank WebOS 4.5 all Ihre Lieblingsinhalte auf Knopfdruck. Der Preis-Leistung-Sieger in dem 4K-Beamer-Test ist der ViewSonic PX-701. Zusätzlich zu den atemberaubend detaillierten Bildern, die eine 4K-Auflösung bieten kann, unterstützt der Projektor auch HDR- und HLG-Inhalte, um dynamischer aussehende Bilder zu erzeugen und flache Bilder mit mehr darstellbaren Informationen in den dunkleren und helleren Teilen einer Szene zum Leben zu erwecken. Verabschieden Sie sich von Bewegungsunschärfe und verpassten Angriffen aufgrund von Eingabeverzögerungen. Mit dem ultraschnellen 5 ms Eingabe und der hyperreaktiven 240 Hz Bildwiederholrate sowie der Reaktionszeit auf Mikrosekundenniveau können Sie mit geringer Verzögerung und nahtloser Anzeige von sich schnell bewegenden Objekten spielen, die Ihren KDA auf die nächste Stufe bringen würden. Ob auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder an einem beliebigen anderen Ort der Projektor liefert perfekt geformte Bilder mit umfassenden HV-Keystone und 4-Ecken-Einstellmöglichkeiten. Die automatische V-Trapez-Korrektur befreit Sie zusätzlich von manuellen Einstellungen, egal wie Sie den Projektor neigen, nach oben oder unten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.